Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde, hier beim Eurotruck Simulator. Heute mal ein bisschen was Besonderes, denn ich muss jetzt erst nochmal zur Arbeit fahren. Man hat ja den Truck nicht immer gleich da, deswegen fahre ich hier mit meinem alten Lader, äh, Typ 487B, eben mal eben zur Arbeit. Eben mal eben ist auch gut. Oh, hier links übrigens mein Kino, in dem ich gestern Abend noch ordentlich die Sau rausgelassen habe. Und mit Sau meine ich natürlich, äh, die Sau, das Tier an sich, nicht irgendwelche Schweinereien, wie ihr denkt. Schweinerei und Sau, äh, wo muss ich noch grad lang? Ah ja, doch, hier, erstmal kurz den Müll wegbringen noch. Oh, da unten scheint sich jetzt gestaut zu haben. Oh, scheiße, äh, die Polizisten haben es noch nicht gemerkt. Äh, jetzt schnell hier in den Truck umgestiegen. Okay, das Wichtige beim Truckfahren ist ja, dass man die Kontrolle über sein Arbeitsgerät hat. Was ich natürlich hier vollkommen hab, gut, dass der Typ jetzt da auf meiner Seite parkt, der Straße, kann ich jetzt auch nichts dafür. Wo muss ich noch gleich hin? Ich glaube, ich muss nämlich zuerst noch kurz in die Werkstatt. Es müsste gleich hinter diesem Block liegen, ist also kein großer Umweg. Ich hoffe, ihr entschuldigt das für den Moment. Die Ladung holen wir dann gleich danach ab. Äh, muss ein paar Checks machen für den Sommer, neue Reifen drauf. Ähm, ja, wie hier auch gerade den Spoiler neu gemacht. Da sind wir auch jetzt schon bei der Werkstatt. Ich, äh, muss jetzt nur mal grad gucken. Sollte nicht allzu lange dauern, nur ein kleiner Check, äh, für den Frühling. Ihr wisst ja, das ist sehr wichtig, das Auto in Schoß bringen, den Wagen nochmal ordentlich durchpolieren lassen. Und hier auch oberhalb der Auffahrt gucken, dass man vielleicht nicht gleich irgendwo aneckt, um in der Garage ja auch nicht alles zu zerstören. Oh, die Sekretärin ist da leider über, äh, eine Böschung gefallen. Das tut mir an sich sehr leid. Ich öffne schon mal die Klappe dafür, dass der Mechaniker natürlich gleich hin kann. Ist für die Arbeitsvorgänge des Mechanikers extrem wichtig. Kann er aber auch alleine machen, wenn er das möchte. Naja, hier lasse ich mich gerade hochliften, äh, auf die, äh, wie sagt man, auf eben die Hubdingskirchens, ne, wisst ihr schon. Äh, bin aber jetzt leider eben noch eben von der Ladefläche abgekommen. Muss also neu in die Werkstatt auffahren, was aber auch kein Problem ist, denn man kann ja einmal komplett außenrum fahren. Die Autos, die da draußen stehen, sind natürlich alle Eigentum der Werkstattbesitzer, also sind Beschädigungen, deren Autos eingeplant. Und auch vollkommen in Ordnung. Ach, der Azubi, der gerade eben die Mittag, äh, das Mittagessen holen sollte, ist hier leider zu Fall gekommen auf der Treppe. Genauso wie die Sekretärin, die eben gerade noch hier in der Werkstatt den Kaffee geholt hat. Ähm, da liegt auch schon der eine oder andere Mitarbeiter faul in der Mittagspause beim Schlafen. Ich wäre dann fertig. Ah, und da kommen die Jungs von Inkasso Moskau, die meinten, ich hätte meine Rechnung nicht bezahlt. Ähm, muss ich dazu sagen, darf ich mich jetzt, äh, aufgrund eines laufenden Verfahrens, nicht zu äußern. Ich dachte mir, na gut, mach's denn mal einfach weiter. Äh, die geben dann schon Ruhe. Fährst du mal und, äh, regelst das dann. Per Schriftverkehr mit dem Inhaber der Werkstatt, den kenne ich ja auch persönlich ganz gut. Aber die Jungs von Inkasso Moskau sind natürlich ein bisschen hartnäckiger, als ich mir das dachte. Und meinten, sie müssten mich jetzt eben mal dazu bewegen, hier, ähm, die Kohlen rauszrücken. Naja, und, äh, die Sache war dann die, es war ja dann auch schon spätmittags. Und, äh, ich wurde plötzlich recht müde. Naja, und mach mal eben ein Nickerchen. Die Jungs von Inkasso Moskau fanden das dann auch ganz okay, dass ich mich mal eine halbe Stunde eben unter meinen Lastwagen lege und ein bisschen die Augen zumache. Naja, wichtig ist natürlich auch, gerade am Nachmittag, bevor man die richtige Lieferung hat, ein bisschen Freizeitsport. Äh, ich nenne das Autoparcours. Das ist eine Sache, die mehr oder weniger in Osteuropa erfunden wurde. Zurück am Truck machen wir uns natürlich jetzt erstmal auf die Suche nach der Ladung. Missionsziel ist es ja am Ende auf dem Dach in einem abgelegenen Teil der Stadt liegen zu bleiben. Mal sehen, ob ich das schaffen werde. An sich ist es ja am Truck immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man hat zwar einen guten Überblick über die Straße, aber man muss die PS natürlich richtig einschätzen können, die unter einem wirken. Hier auf dem Highway 5 bin ich gerade unterwegs und meinte der Mann, der nette Kollege hier vor mir in seinem Pickup, ich sollte ihn doch ein wenig mitnehmen, denn seine Bremsen werden beschädigt. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Da wird der Wagen dann angeschoben. Dem einen oder anderen habe ich so schon öfter mal auf die Sprünge geholfen und das kommt natürlich auch gut hier bei den Gesetzeshütern an. Die jetzt natürlich hier gerade im Einsatz sind, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich irgendwas Wichtiges zu tun. Ich mache mich mit meinem Truck lieber mal runter von der Straße, damit die Polizei auch freien Weg hat, um ihren Arbeit nachzugehen, investigativ an ihre Sache heranzutreten zu können. Jetzt muss ich mal gucken, hier links bin ich jetzt falsch abgebogen. Ich müsste ja eigentlich dann noch in ein unentdecktes Völkchen, äh, Fleckchen der Stadt. Hier in der Waschanlage hatte ich auch einmal schon meinen Truck in der Wäsche, ist jetzt aber nicht mehr nötig. Anscheinend hat die Polizei hier auch irgendwas zu regeln, also mache ich mich mal lieber wieder auf den Weg. Da nehme ich noch ein Motorrad mit, das kann man immer mal gebrauchen. Ich meinte, die Polizisten hätten da gerade einen Unfall beim Einparken gebaut, weiß man aber nicht, aber naja, den besten Autofahrern kann halt sowas auch mal passieren. Wir sehen hier ganz, ganz gut, äh, Limousinen sind nicht für den Abhang gestaltet worden. Ähm, ist ganz klar, wir sehen es jetzt nochmal links im Bild, wie die Limousine total, naja, laienhaft den Abhang hier runter stolpert. Also besser Limousine nicht für den Abhang benutzen und auch Joggen auf der Brücke. Naja, was soll ich sagen, wenn man halt müde wird, muss man sich halt ein bisschen hinlegen. Naja, und da bin ich auch schon in meiner abgelegenen Teil der Stadt, liege auf dem Dach, Missionsziel also sozusagen erfüllt. Das war's mit Euro Truck Simulator für heute. Ich danke euch fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schauen mal, ob wir da vielleicht auch den Anhänger mitnehmen, denn den habe ich diesmal vergessen.